Das muss noch irgendwo sein. Kommt in, das versteckt euch nicht. Da bist du. Na, da teilt sich nichts raus. Da sind sie doch drinnen da. Na ja, da drinnen da. Wo es der nächste da ist, wenn du sie da sitzt. Da sitzen noch zwei. Ach, das ist gut, die Kutze. Die sehen dich jetzt mal. Mich auch nicht. Hier, schwule Zombies. Schwule Zombies hab ich hier, guck dir das an. Da muss ich erstmal die Axe wegstecken. Da muss ich einen Screenshot von machen. Schwule Zombies hab ich hier. So, jetzt reicht's. Guck mal, ob da ein gelbes Tuch hinten in der Hosentasche hat. Ja, ne? Was bedeutet das? Gelüste nach, wie soll ich sagen, Natursekt. Boah. Also, am kleinen Eiffel ist ein Pfeil für den Bogen. Einer? Ja, leider nur einer. Der liegt auf dem blauen Schrank drauf oben. Geh mal weg da, ich schieße kaputt. Wuhle Zombies, das ist echt unglaublich. Geh mal weg, wenn ich nicht mag. Und ich schieße kaputt. Und du ruf bin jetzt mal weg.